Hallo meine lieben Leute, ähm, und willkommen zu Let's Play Pflasterstein kaputt hauen. PIEK! Und, wie ihr schon gehört habt, hinter mir ist ein Ali. Schieb so, da hab ich gleich. Ich mach's. Ähm, ja. Und... Du machst jetzt das Ali von Kegels? Ich bin auch nicht genau. Die sind auch nicht mehr, wenn ich sage. Du auch nicht? Ja, ich weiß. Ich bin immer einfach. Du kannst... Du kannst mir nur... Ich spiel... Ich spiel die ganze Zeit nicht so. Ja. Na ja. Ja, und wenn du Let's Playst, dann spielst du auch X-Box. Ich bin ganz schlau. Ich bin ganz schlau. Ich bin ganz schlau. Ich bin ganz schlau. Und nehme Sand und... Und... Was willst du denn mit Glas schalten? Das war's, was kann ich mir nicht wahrnehmen. ähm, eigentlich nicht Ich probier's mal mit Fischen, als ob das auch gut aussieht Ich probier's mal mit Fischen Ja, Baby, ich mein, du machst das Gefühl für diesen... Wie eben sag ich jetzt ganz falsch Ich sag immer das Richtige, aber dann guck mal noch Fasche Ach, das würde ich jetzt befreien Bezweifelst alles Was machst du jetzt? Mein Haus bauen Ja, ich hab' den Schocker Wenn er so sagt, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt irgendwann mal dauerhaft geguckt Und ähm, also wenn er bei mir übernachtet Samstags oder Freitags, ähm, egal Wenn wir irgendwie Fernsehen gucken, ne? Und... Halt... Dann nochmal darüber reden Und dann sag ich Hier, das war da recht cool und wo der... und dann sagt Aber irgendwie... Ja, weißt du noch, was da alles war? Weißt du das noch? Ja, da kann er lange fragen Natürlich weiß ich noch zwei Jahre, das stück ich noch fünf Minuten oder eine halbe Stunde dann nur Das nervt mich Das nervt mich Das nervt mich meistens Das nervt mich meistens Was weißt du noch? Oh... Das nervt mich ja nur und ich Neuheit kann brennen Ich hab' den Erster Biss Du musst du trinkst Lauf da reden, hab' ich mal gehört Ähh... Bin ich mese Ich bin... In ... ... ... ... ... ... ... ... Was soll das werden? Alter, pass auf, führ dir das ganze Zeug kaputt Halt dann nimm dir TNT Nein Nein! Das ist ein Brutal. Du fimmst den Tee Brutal? Ja! Dann nimm ich dir. Du bist doch auch Brutal. Du bist doch ein Brutal. Ähm, bei Redstone. Guck mal, was ganze Redstone-Gelumpa ist. Nee, Eichenholz-Kreffen. Ja, genau das. Mir ist so langweilig. Wie lange geht das Video schon? Ja, 6 Minuten. Das reicht vollkommen zu. Deshalb sage ich Tschüss. Tschüssi! Und er sagt auch Tschüss. Ciao!